Kennst du Jules Verne? Kennst du seine Geschichte in 80 Tagen um die Welt? In 80 Tagen um die Welt will ein Mann in 80 Tagen um die Welt reisen. Er ist mit sehr vielen Mitteln gereist. Er ist mit dem Zug gereist. Er ist mit dem Schiff gereist. Er ist mit dem Ballon gereist. Er ist sogar auf einem Elefanten gereist. Zuerst reist er mit dem Schiff von England in die USA. Danach reist er von den USA weiter nach Südamerika. Ich glaube mit dem Zug. Danach reist er wiederum mit dem Schiff weiter nach Asien. In China reist er zu Fuß. Und ich glaube später ist er auf einem Elefant geritten. Und er ist danach durch Russland und Osteuropa mit dem Zug gefahren. Und zum Schluss ist er noch einmal mit einem Schiff gereist. Das war bestimmt ein großes Abenteuer. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.